Was reizt dich daran, mit drei verschiedenen Klangkörpern so zusammenzuarbeiten? Findest du das irgendwie interessant, da von jedem Orchester die Philosophie ein bisschen mitzunehmen oder verschiedene Dozenten kennenzulernen oder Dirigenten? Also ich meine, es ist natürlich vor allem erstmal ultraspannend, die Leute kennenzulernen. Ich finde, Musik ist für mich immer ein Miteinander mit verschiedenen Leuten zusammen Musik zu machen. Ich stehe auch viel lieber mit anderen Leuten auf der Bühne als alleine. Ich finde es einfach interessant, wie sich auch im Projekt die Stimmung und die Begegnungen verändern. Also am Anfang ist man irgendwie noch so ein bisschen unter sich, so unter seinem Orchester definiert sich sehr damit. Und mittlerweile habe ich das Gefühl, dass quasi diese Grenzen so ein bisschen verschwimmen, dass man auch einfach viel mehr in den Austausch kommt, sich einfach öffnet. Und jetzt sind wir am vierten Tag her heute angelangt, dass wir mehr zu Triquestra geworden sind und nicht mehr drei Orchester, die zusammen spielen, sondern eigentlich so ein bisschen ein Orchester, ein Ensemble. Das ist alles so eine große Gruppe, da wird gar nicht gefragt, wer jetzt von welchem Orchester ist. Und ich glaube, das passt ganz gut. Ja, wir sind zwar auch Kollegen, aber es ist tatsächlich schon auch sehr familiär einfach. Und vielleicht kommt daher auch dieses Vertrauen so miteinander. Und ich glaube, das ist einfach der größte Punkt, dass wir dadurch miteinander verbunden sind. Ich selber bin nicht so weit von meinem Studium und trotzdem jetzt, wo ich im DSO spielen darf, vermisse ich dieses Gefühl, quasi Jugendorchester oder ein bisschen Klassenfahrt mäßig Projekte mitzuspielen. Und es ist auch gut, so eine Möglichkeit zu haben, wieder in die Zeit zurückzukommen, sich zu erfrischen. Dieser freiwillige Gedanke, der dahinter ist, dass jeder seine Freizeit oder seinen Urlaub dafür hergibt, sozusagen jetzt hier zu sein und gemeinsam zu arbeiten, das gibt so eine ganz besondere Eigendynamik immer mit sich, finde ich. Das habe ich immer genossen, dass man wirklich alles jeden Tag zusammen miteinander verbringt und jede Minute damit verbringt, das Beste rauszuholen und sich kennenzulernen. Ich hatte irgendwie keine konkreten Erwartungen, aber ich bin sehr berührt und sehr überrascht und sehr glücklich, mit so jungen Zellen zu arbeiten. Ich bin eine klassische Hornistin und spiele bei Stegreif, aber vor Stegreif habe ich ganz viel Jugendorchester gespielt und auch viele Tourneen mitgemacht. Und diese Atmosphäre erinnert mich ganz, ganz viel an diesen Zeiten. Ich finde das super, dass jetzt hier vom Stegreif, glaube ich, diese Workshops stattfinden, heute mit der Bühnenpräsenz. Das war für mich auch total, ich bin da immer so ein bisschen, nicht gehemmt, aber ja, so ein bisschen skeptisch manchmal solchen Workshops gegenüber. Und war dann aber total positiv davon überrascht. Ja, auch spannend, vor so einer großen Gruppe das denn zu machen. Also wir wussten jetzt tatsächlich, so Hiromo und ich, waren es gar nicht so gesund und sich, ja, kommt das jetzt irgendwie gut an? Und konnten es gar nicht so richtig einschätzen und waren dann recht froh, dass auch positives Feedback da auch kam. Gestern Abend war ja auch der Moment, wo wir dann nach der Probe noch total schön improvisiert haben. Und das ist auch schon jetzt wunderschön, was in den Proben passiert ist. Deswegen, ja, also man muss es alles nicht immer so kompliziert machen mit dem Improvisieren, finde ich persönlich auch. Sondern es vor allem einfach machen und ausprobieren. So auf die Art und Weise lernt man das oder haben wir es auch gelernt und sind am Lernen. Also es ist kein leichtes Projekt, aber am Ende passt es irgendwie doch gut und es lohnt sich. Also es lohnt sich einfach dabei zu sein und ja auch quasi diese Höhen und Tiefen mitzunehmen und nicht aufzugeben. ehas, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Vielen Dank.